Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ja, Ghost muss natürlich bei mir warten, Leute. Ich kann es leider nicht spielen, ich habe nur eine 12 GB Version. Ja, mal gucken, vielleicht hole ich es mir ja noch. Ja, herzlich willkommen zu Let's Play Together. GTA 5. Hallo. 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 Willst du mich hören? Ja. Wollt ihr nicht mal eure Freundin beschützen? Okay, dann nicht. Ich habe ja gehört, es gibt ja Haie in GTA 5, die sind hier draußen weit im Meer, aber da gehe ich jetzt lieber nicht raus. Töten wir mal die Drogenlady. Hallo. Bam. Komm, hilf deiner Freundin, ey. Das hätte er lieber nicht machen sollen. Stirb! Mist, keine Munition mehr. Warte. Nein. Oh nein. Jetzt sind die Bulle noch am Start. Da hilft nur eins kurz. Wartet mal. Bam. Dann muss ich mich mal selbst töten. Das ist am besten. Außer Gefecht. Yeah. Schwarzer Bildschirm. Komm schon. Mio. Streber. Wie er lebt und lebt. Was? 5.000 Dollar? Mann, oh Mann. Das ist aber echt viel, was mir abgezogen wird. Wo ist denn das Hündchen? Bam. 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 So, der ist tot, Leute. Wir werden heute mal Tiere jagen wieder. Hier im Baldi. Mit der Sniper, mit der Hand und mit dem Auto. So, erstmal hier das Auto klauen. Leute, mich regt das schon ein bisschen auf, dass ich eine Playstation 3 habe, aber auf meiner Playstation 3 Ghosts nicht spielen kann, weil das ganze 11 Gigabyte erschlägt. Also, ich finde das ein bisschen hart, Alter, von dem Ding. Also, das finde ich echt scheiße. 11 Gigabyte ist mein kompletter Speicher. No, ja, zum Glück habe ich noch GDR 5, weil der... Oh! Oh! Rehe! Oder was das ist? Hier schon oder irgendwas? Nein, bleib stehen. Ich will jetzt mal versuchen, so ein Tier zu töten mit dem... Mit der Motorhaube. Bam. Bam. Hallo. Komm, steh auf wieder. War nur Spaß. Mal gucken, was wir hier noch für... ...kleine Tierchen hier sehen im Walde. Wildschweine gibt's auch. Oh! Oh ja, ich weiß, was wir machen. Ich glaube, wir machen jetzt mal einen richtig fetten, geilen Basejump. Oh! Gottes Willen! Die Bullen wollen mich töten! Ich habe doch gar nichts gemacht. So, jetzt sind wir in einem Wildschweigen-Gebiet. Wildschweinchen! Irgendwo hier kann man einen richtig fetten Basejump machen. Ich weiß aber nur nicht mehr, wo das war. Fangen wir einfach mal nach oben. Oh! Oh! Yeah! Mein Bart müsste ich aber auch mal schützen langsam. So, gleich geschafft. Da können wir einen richtig fetten Basejump machen. Äh, der schnellste Weg übrigens ist natürlich mit der Seilbahn. Aber der zweitschnellste ist nicht den Pfad zu folgen, sondern einfach schnurstracks den Berg hoch. Und euer Auto schafft das. Ihr guckt ja mal hier. Also, das hat jetzt nicht unbedingt viel PS, aber man kommt trotzdem hier richtig steil den Berg hoch. Jetzt darf ich natürlich nur nicht nach unten fallen. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Oh Gott, was ist denn das? Ein Adler oder irgendwas? Nein! 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 Basejump! Nein! 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 Ah! Aua! Außer Gefecht, Mann! Nein! Ah! So kurz vorm Ziel. Schon gestorben. Ärgerlich. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Drei Leute online. Merkwürdig. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet hier Ghost, 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 Ghost. Aber nein, kein Ghost. Sondern einfach nur was anderes. Ja, ja. Ja, mit 6 Minuten 19. Ich glaube, wir machen noch was. Ah, nein. Doch, wir wechseln jetzt mal zu einem anderen Charakter. Wenn der Hund nämlich nicht da ist. So. Wuff, wuff. Oh, shit. Der sieht ja ganz anders aus. Hallo. Wow, wow. Hallo, wow, wow. Hey. Hallo. Hallo. Huh. Der rett mir aber jetzt noch nicht hinterher, oder? Ich dachte gerade. Du. Scheißköter. Ah. Scheiß. Wie hier. Oh, ey. Der will auch Stress von mir, oder was? Schnell die Waffe ziehen. Waffe, 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 Waffe. L1. Boah. Ey. Du kriegst mich nicht. Stirb. Scheißköter. Boah, der spritzt ja das Blut hier weg, Alter. Boah. Guckt euch mal an. Jungs, Leute. Das war Let's Play Together. GTA 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute. Und ciao. Na, ich muss es hier nur ausmachen. Boah.